Hallo. Wie ist es denn? Klasse. Es ist klasse wie immer. Jedes Jahr. Es ist ja immer ein bisschen wie Klassentreffen. Man sieht sich manchmal das ganze Jahr nicht, beziehungsweise mit meinen Kollegen aus. Ich habe mich ja das letzte Mal in San Francisco getroffen und heute wieder, beziehungsweise gestern wieder. Ich bin gestern gekommen und war super. Es ist klasse. Hallihallo. Hier ist Jackie von der Frankfurter Musikmesse. Es ist wie immer aufregend und klasse hier. Macht sehr viel Spaß, vor allem die ganzen Kollegen mit uns zu treffen. Richtig schön. Es ist ja immer wie ein richtiges Klassentreffen. Und ich habe mir hier mal einen Warwick Nubiläumsbass rausgesucht, weil die Firma wird ja dieses Jahr 30 Jahre alt. Und ich bin immerhin schon 26 Jahre dabei. Und da ist ein Bass rausgekommen, der ist wirklich den allerersten Warwickmessen nachempfunden worden. Das ist wirklich klasse. Wahrscheinlich auch von den Hölzern her, das weiß ich jetzt nicht so genau. Kann man sich hier ganz genau nochmal angucken. Aber so vom ganzen Handling, also vom ganzen, wie er sich anfasst und wie er klingt, eigentlich ein ganz guter Alter Warwick Bass. Geil. Ja, super. Wieder der richtig schöne, warme, selbst geslappt, warme Warwick Sound. Das ist richtig, das ist das Sound of Wood. Klasse. 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 Ja, sehr klasse.